Klopp verbreitet Optimismus. Trotz einer miserablen Hinserie blickt Borussia Dortmunds Trainer der Ende Januar beginnenden Rückrunde positiv entgegen. Man habe in einer Woche im Trainingslager schon häufiger zusammen trainiert als in sieben Wochen Sommervorbereitung, sagte Jürgen Klopp dem Kicker. Alle Jungs seien weiter, als sie es im Sommer waren. Der Rückstand des BVB auf die internationalen Ränge beträgt derzeit 12 Punkte. Gerüchte um Gomez Laut italienischen Medienberichten steht Stürmer Mario Gomez vor einem Abschied vom AC Florenz. Demnach soll Ligakonkurrent AS Rom an einer Verpflichtung des 29-Jährigen interessiert sein. Gomez steht bei der Fiorentina seit Wochen stark in der Kritik. In zwölf Partien in der italienischen Liga sind dem Nationalspieler erst ein Treffer und ein Assist gelungen. Der Vertrag von Gomez beim AC Florenz läuft noch bis zum Sommer 2017. Eberl fürchtet nur Top-Klubs Mönchengladbach-Sportdirektor Max Eberl ist der Überzeugung, dass wichtige Spieler die Fohlen nur noch zu einem Spitzenverein verlassen würden. Natürlich könne es passieren, dass sich Klubs wie Bayern oder Barcelona bei den Gladbachern bedienen, sagte Eberl den Aachener Nachrichten. Die Zeiten, dass Bremen, Hamburg oder Stuttgart zugreifen, seien aber vorbei. In der Bundesliga belegen die Fohlen nach der Hinrunde den vierten Tabellenplatz. Pause für Durm. Borussia Dortmund muss in den kommenden zwei Wochen auf Linksverteidiger Erik Durm verzichten. Wie der Klub mitteilte hat sich der 22-Jährige einen Faserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Ein Einsatz von Durm sei Anfang Februar wieder möglich. Dante will aus Fehlern lernen Der Innenverteidiger des FC Bayern fürchtet in der Rückrunde kein ähnliches Schicksal wie im letzten Jahr. Die Spieler wüssten, was für große und entscheidende Spiele noch auf sie warten. Man werde den gleichen Fehler nicht noch einmal machen und versuchen, das Niveau über die gesamte Rückrunde oben zu halten, sagte Dante bei Sport1. Letzte Saison war der deutsche Rekordmeister im Halbfinale der Champions League deutlich am späteren Sieger Real Madrid gescheitert. Nasta Sitsch will Platz zwei. Der Neuzugang hat in dieser Saison mit dem FC Schalke noch Großes vor. Ich bin mir sicher, dass wir in der zweiten Saisonhälfte besser spielen werden. Mein Ziel ist es, mehr Punkte zu holen und noch Zweiter zu werden. Das wäre toll für uns. Aktuell liegen die Schalker in der Bundesliga auf Platz fünf. Mit sieben Punkten Rückstand auf den zweitplatzierten VfL Wolfsburg. Held gratuliert Bayern zur Meisterschaft. Der Schalke-Manager glaubt wie im letzten Jahr an einen vorzeitigen Gewinn des FC Bayern in der Bundesliga. Wenn ich das im letzten Jahr hier im Winter gemacht habe, dann mache ich das gerne auch nochmal, da sie ihn jetzt schon zur Meisterschaft gratuliere. Das heißt nicht, dass keine Mannschaft und auch wir nicht, wenn wir gegen sie spielen. Wir spielen ja schon am zweiten Spieltag. Alles versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Es ist und bleibt einfach der Top-Favorit auf die Meisterschaft und das hat sich auch bewahrheitet. Jeder hat sich erhofft, dadurch, dass der FC Bayern viele WM-Teilnehmer gehabt hat, dass sie vielleicht in diesem Jahr Probleme bekommen würden. Diese Vermutung hat sich nicht bewahrheitet. Das ist leider Gottes nicht so gewesen. Deswegen muss man davon ausgehen, dass es so kommen wird, wie es im letzten Jahr auch gewesen ist, dass Bayern souverän Deutscher Meister wird. Der FC Bayern liegt mit elf Punkten Vorsprung auf Platz zwei an der Tabellenspitze der Liga. Bayersdorfer hofft weiter auf Drimic. Der Hamburger Klubchef hat die Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Stürmer Josep Drimic von Bayer Leverkusen noch nicht aufgegeben. Natürlich gebe es Gespräche, es bewege sich was, aber ein Abschluss sei noch nicht absehbar, sagte Bayersdorfer am Rande des HSV-Trainingslagers in Dubai.